Hallo liebe Mercedes-Fans, ja, jetzt hat das Fokumab lief sehr gut, Platz 5, ja mein bestes Ergebnis bis jetzt, also wir steigen uns langsam, haben nach gestern einige Änderungen vorgenommen am Fahrzeug, fühle mich auch wohler, gestern war ja so ein Tag, wo ich ein bisschen Kompromiss eingehen musste, ich hatte noch eine Strafe vom Norris Ring, drei Plätze zurück in der Startaufstellung, deswegen haben wir gestern keinen Fokus gelegt aus Spotify und deswegen, ja, gestern letzter Platz, aber wir sind dennoch gut vorgekommen auf Platz 15, war ich ganz zufrieden mit, muss ich sagen, einige gute Wohlmanöver gehabt, und ja, viel gelernt für heute und wie gesagt, das Fokumab lief gerade sehr gut, jetzt gucken wir, dass wir das Qualifying mitnehmen können, die gute Stimmung und auch das Setup noch ein bisschen verfeinern und dann hoffe ich, dass ich ein bisschen weiter vorne stehe wie gestern, ja, und dann im Rennen voll angreifen werde, ich habe noch einen Satz Reifen mehr wie die anderen, eben weil ich gestern im Qualifying da ein bisschen Kompromiss eingegangen bin, um eben heute besser zu performen und ich hoffe, dass heute ist mein Tag, also drückt die Daumen weiter, bis dann, euer Max.